so wir da gut dass ich die Beton stellen weil sie wegkacken muss ich noch gar nicht erklären noch stellen weil sie sind ruhig gerade noch so 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 miffi ich so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, Mann, 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 Mann. Oh, Mann, Mann, Mann. oh gut er hier eigentlich komplett die Beweifelschein reinfüllen können er hätte Geld mehr gebraucht wo mache ich die jetzt heute so jetzt gehen wir da wieder an ja 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 gut ja their ja 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 Ich bin nicht der Grund, dass ich einen Sprechstuhl moere. Und ich habe mich sehr viele, die ich hab gedacht. Aber ich habe auch schon wieder in Gruppen, weil ich mir nicht verletze bin, was ich mich nicht verletzei habe. Ich bin nicht der Grund, dass ich mich nicht verletzei habe. Natürlich ist das, was ich nicht verletzei. Ich habe mich nicht verletzt, dass ich mich nicht verletzei habe. Ich bin nicht verletzei, dass ich nicht verletzei habe. Ja, gut. Bitte. Jetzt sind sie immer schon wieder ausgefallen. Wenn sie jetzt erstmal die G-Tech da oben ausgetauscht haben, dann lag es ja daran. Dass ich daraufhin nicht am Anfang gekommen bin, ist eigentlich schon ein bisschen schlimm. Wenn es daran jetzt lag, das wäre jetzt vielleicht zumindest ein bisschen peinlich. Weil das sind nur die offensichtlichsten Dinge an die man nicht denkt Na, ich glaube, ich muss mal so stehen müssen Das ist halt schön, reißt es raus oder rein? Na, was war das? Verstehe ich nicht! Ja, wir kommen unserem Ziel näher. Er hat von einer relativ kurze Katzen. Finde ich gut. Stage 4. Ja. Ja, wieder mit dem 1. Wobei. Ja, das muss man immer mit dem, ja. Ich weiß nicht, was ich denn hier ist. Ich weiß nicht, was ich denn hier ist. Der Mann ist ein Mordred. Das ist mir nicht so schön, dass ich mich nicht so gut bin. Ich weiß nicht, was ich nicht so gut bin. So, dann hier der, der das Diese Stage sollte auch nicht besonders schwer sein Also bitte 2 von 2 Schon lange kann ich nicht so weitermachen Soll ich hier zu kommen Soll ich das nicht so weitermachen Das ist sicher Ich bin der Gerhard Ich bin der Gerhard ok, ich glaube da ist gerade irgendwo was umgefallen ich habe gerade reißig noch das Geräusch im Flur oh, Bond Level 5, das passt doch wir sind genau über die 15 Minuten drüber kommt noch ein Cut sehen oder kann ich klappen? das war ein Cut sehen so, bis dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hauen sie rein und dann sehen wir uns beim nächsten Mal